Nein, traust du dir nie Stirnglant anzulecken. Der ist da? Ja. Ok. Wie ist es mit dem Schnecken sauer? Ja. Warte, ich habe ihn noch auf Kamera ab. Ok. Du hast das erste Mal gewungen. Du bist sicher müde. Traust du dir nie in die Kirchen gehen und auf die Bank zu legen und schlafen? Wie lange? Zehn Sekunden. Ja. Gleich da her. Da her. Gute Nacht. 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 Perfekt! Super! So, René, jetzt kommen wir zur nächsten Challenge. Da ist der Telefonkasten. Ja. Geh hin, um einen, und sag, du willst nur noch Internet gratis haben. Und dann kannst du es nur noch geben. So, um einen? Ja. Ich will nie wieder Internet gratis haben. Ah, ich will Internet gratis haben. Entschuldigung. Und wie viel willst du zahlen für das Internet? 0,0. Und sag, ich hab dich ganz toll lieb, ich will dich heiraten. Ich will dich heiraten, ich hab dich ganz, ganz toll lieb. Passt. So, mein Lieber, siehst du das da unten? Ja. Nimm den Deckel runter und stell dich mit einem Fuß hinein. Gilt noch nicht. Bitte? Gilt noch nicht. Tauchst du nie. Passt. Er stellt sich mit beiden Füßen rein. Die Challenge mehr als bestanden. Perfekt. Deckel wieder drauf. Super. Super. So, René. Du siehst du da am Bach, oder? Ja. Geh runter, halt deine Füße hinein. Traust dich nie. Muss ich die Socken ausziehen? Nein, mit den Socken. Und mit den Schuhen. Okay. Für fünf Sekunden. Das geht. Das geht doch nicht. Das ist ein ungünstiges Stell. Dann musst du runterklettern. Traust dich nie. Halt dich am besten mit allen zwei Händen fest. Nein, ich schaff das nicht. Ich komm da nicht runter. Okay. So, René. Du siehst du da eine Straße? Ja. Machst du jetzt mal einen Klimakleber nach? Einen Klimakleber nach? Und singst K-K-K-Klimakleber. Traust dich nie mitten auf der Straße bei der Einfahrt? Okay. Setz dich hin wie ein Klimakleber und singst das Klimakleberlied? Ich kenn das Klimakleberlied nicht. Fragst du das irgendwann? Ich bin ein Klimakleber, Klimakleber. Ich bin ein Klimakleber, Klimakleber. Also singst du jetzt noch fünfmal? Ich bin ein Klimakleber, Klimakleber. Ich bin ein Klimakleber, Klimakleber. Was? Bestanden? So, letzte Challenge für heute. Siehst du da den Tisch? Ja. Ich will, dass du auf den Tisch kletterst und zehn Liegestütze machst. Das kann ich nicht. Nicht? Nein. Okay. Perfekt. Das perfekte Ende. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Abonniert René. Danke. Danke. Danke.